Das sah ja niedlich aus. Hast du es gesehen? Ein bisschen wie Luna von Sailor Moon. Kennst du Sailor Moon? Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei Slime Rancher. Ich bin jetzt hier mitten unterwegs in meiner kleinen Welt, weil ihr, da will ich nur nicht reinfallen bitte, weil ihr aussuchen durftet, was soll denn eigentlich als nächstes passieren. Und ich gehe jetzt ein bisschen hier auf Expedition und eigentlich dachte ich, da hinten ist noch eine Tür, die ich aufmachen kann. Denn ich habe ja noch einen Schlüssel, den würde ich gerne auf den Kopf hauen heute in der Folge und mal gucken. Na, das sind vergammelte Früchte. Guck mal, so viel können die ganzen pinken Slimes gar nicht essen hier, was es hier alles gibt. Also die sind wirklich, die gibt es ja wie Sand am Meer, ne, die pinken. Also es ist ja unfassbar, wie viele es davon gibt. Ich muss nur mal gucken, wo finde ich denn, ich weiß, da war irgendwo so eine Höhle und ist das da drüben? Ne, das ist ein Stein. Ich dachte erst da vorne, dass das ein großer Slime ist. Falsch gedacht. So, ich gucke mal, hier ist eine Höhle. Ich habe jetzt auch nichts mitgenommen außer Wasser. Ich habe gedacht, macht ja nichts, ne, kann man ja mal machen. Oh, wow, 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 die sind mir nicht so freundlich gesonnen. Ich habe es wohl gesehen. Und hier ist eine Tür und die werde ich jetzt öffnen. Drücke E. Ich bin gespannt, was da jetzt hinter ist, wie das Gebiet aussehen wird und was ich vielleicht Neues entdecke. Ich hoffe nur, ich finde dann wieder nach Hause. Man weiß das bei mir ja nie so genau. Errungenschaft, der Indigo-Steinbruch. Oh ja, da wurde mir schon vorhin geschrieben. Ah, mal gucken. Das ist ja schön hier. Guck mit den Kristallen. Okay, das sind pinke Slimes. Ich bin schon ganz gespannt, was ich hier finden werde. Da sind blaue und Booms und pinke. Das heißt, hier werden auf alle Fälle auch schwarze auftauchen dann. Zwangsläufig. Wow. Oh, Psela. Ach Gott, da gibt es so viele Kreuzungen, die ich auch noch gar nicht gekreuzt habe. Also. Oh, vielleicht hätte ich. Oh, Psela. Ruhig noch meinen Jetpack aufstocken können. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht, bevor ich losgegangen bin. Ich fliege mal darüber hier. Oh, Psela. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich werde es sehen. Ich mag das immer, so neue Sachen zu erkunden. Ich mag hier auch, wenn es so das Glänzende... Oh, Psela. Mag ich. Aber ist Indigo? Ich muss das echt mal googeln. Ups, ich kann gerade nicht fliegen. Ich muss warten. Dachte ich eigentlich, es wäre so violett, oder? Aber ich bin wahrscheinlich auch... Oh, 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 oh. Ich bin wahrscheinlich einfach mal wieder wie immer verwirrt. Okay, wo muss ich denn hier lang? Oder wo kann ich denn hier lang? Von müssen kann ja nicht die Rede sein. Hm. Guck mal, da drüben ist noch ein Weg, aber da komme ich natürlich so nicht hin, ne? Das ist schon klar. Aha. Von da bin ich gekommen. Hm. Ja. Wo muss ich denn hier lang? Oder wo kann ich hier lang? Das ist ja verrückt. Ich gehe mal da unten gucken. Früchte und Hühner. Und Slimes. Und noch mehr Slimes. Und ja, ja. Ach, guck mal. Hier unten geht es noch weiter. Von hier bin ich ja nicht gekommen. Ich gehe jetzt hier einfach mal lang. In die Höhle hinein. Oh. Ach, guck an. Hier ist so einer. Was ist der denn? Der ist nur Gemüse. Den hoffe ich, werde ich ja wiederfinden. Hoffe ich. Oh, da ist eine Kiste. Ja, und finde natürlich Früchte, ne? Wie soll das anders sein? Hätte ja auch ein bisschen Gemüse drin sein können, aber nein. Die Kapsel ist verschlossen. Ach, das konnte ich auch noch gar nicht. Ich habe geguckt, aber da kann ich gar nichts irgendwie mitmachen oder kaufen oder so momentan. Jedenfalls nicht an meinem normalen Verkaufsding. Das kommt wahrscheinlich dann erst, ne? Bin ich... Wo geht es hier hoch? Da ist doch Licht. Oder bin ich von da gekommen vielleicht? Ne, ich bin doch von hier gekommen, oder? Hä? Ich gehe jetzt mal hier lang. Oh Gott, ich bin schon wieder verwirrt, wie du uns schwer erkennst. Oh, da hinten ist ein Goldener. Hast du gesehen? Da war ein Goldener. Aber der ist wahrscheinlich schon wieder weg, ne? Oh, ich wollte eben... Boom. Aber neun habe ich noch nicht entdeckt. Oh, das sieht ja riesig aus da hinten. Riesig groß. Mal gucken. Wo bin ich hier denn? Da gibt es auf alle Fälle schon mal Gemüse, aber das ist noch nicht abzuernten. Da kann ich das Wasser auffüllen. Da ist noch eine Brücke. Oh, das ist hier ja ein großes Gebiet, wa? Mega cool. Ich gucke einfach mal, was da ist. Oh, komme ich da rüber? Was ist das da? Was ist das da? Ich will das. Ich komme. Was bist du denn für eins? Komm her. Ein Ratzlein. Haha, wie cool. Komm, ich sammle mehr davon ein. Wo ist das nächste? Oh, ne, das ist schon verpinkt hier. Mit grünen Augen. Wie lustig ist das denn? Okay. Sehr cool. Das ist ja cool. Ich habe einen neuen Slime entdeckt. Ein Ratzlein. Wo geht es hier lang? Also, ich gehe jetzt hier einfach mal weiter gucken. Oh. Das ist schon so ein... Oh, nein. Oh, nein. Ich gehe mal wieder. Bevor die mich ins Wasser schubsen. Oh, oh, oh. Die sahen nicht freundlich aus. Guck mal, der Fels kann ja auch mal weg, ne? Gut, dass ich mich getraut habe, darüber zu springen. Oh, da ist noch einer. Ha. Nein. Oh, nein. Ich habe es. Da ist er. Wow. Ich will den Ratzlein. Gib den her. Gar nicht so einfach bei den ganzen Slimes, die hier sind. Und ich glaube, die Nacht bricht schon wieder herein. Ach, Rad. Nicht für Rad, sondern für radioaktiv. Ich verstehe. Das ist ja cool. So, ich mache mich jetzt aber mal auf den Weg, dass ich den nach Hause transportiere. Meinen kleinen Ratzlein, oder? Wie gesagt, der Tag ist rum. Und dann kann ich gleich Früchte holen. Die brauche ich ja auch nicht Früchte, sondern Gemüse. Gemüse brauche ich ja. Ich habe leider nur Möhren als Gemüse. Es gibt bestimmt noch anderes auch, ne? Müsste ich mal in die Slime-Pedia gucken. Da steht das ja immer drin. So. Achtung, lassen Sie mich vorbei. Ich möchte einmal nach Hause kommen, bitte. Ich hoffe, ich finde den Weg. Aber es sieht gut aus. Hier ist jetzt die Höhle, wo der blaue ist. Genau. Hallo. Ja, dich fütter ich. Aber isst du nicht auch... Isst Früchte? Ne, der will einfach keine Frucht essen. Naja, da kann man nichts machen. Dann gehe ich jetzt hier... Ist das der Weg zurück, oder bin ich jetzt von da gekommen? Oh Gott. Ne, das ist der Weg zurück. Sehr gut. Einmal. Alle Damakasches fliegen hoch. Alle Damakasches fliegen... Oh, nicht so hoch. Ne, andere Seite muss ich lang. Was bist du denn? Oh. Oh Mann, oh jetzt ist es weg. Es ist weg und ich konnte es nicht einsammeln. Oh Mann, oh. Was war das? Was war das für ein Slime? Das war ja süß. Aber was war das nur? Okay, ich fliege mal wieder raus. Da war die Tür raus. Das sah ja niedlich aus. Hast du es gesehen? Ein bisschen wie Luna von Sailor Moon. Kennst du Sailor Moon? So ein bisschen sah das aus wie die Katze mit dem... Die hat so ein Mond-Symbol oben auf der Stirn. Wow. Upsala. Okay, jetzt bin ich aber doch fast zu Hause. Guck mal. Ich habe den Weg ganz alleine zurückgefunden. Ja, ich schaffe das schon. Ich bin schon groß. Also eigentlich ist es mehr Glück, aber es macht ja nichts. Ja, sehr schön. Guck mal, jetzt kann ich den Rad slime. Jetzt muss ich gleich erstmal eh in meiner... Oh. Upsala. Komm her, du Steinhu und dich nehme ich noch mit. So eins habe ich, glaube ich, momentan auch gar nicht. Das kann ich noch mit reinsetzen. Ich habe, glaube ich, nur Gestrüpphühner und Kuhhühner. Das ist gut. Und dann gucke ich mal, was so ein Rad slime braucht. Ob ich den irgendwie besonders halten muss oder ob das schwierig ist oder... Und dann kann ich mich am nächsten Tag nämlich hier auch wieder um meine kleinen Slimes kümmern und die Sachen verkaufen und so. Aber jetzt wird erstmal bis zum nächsten Morgen geschlafen. Zurück zur Ranch. So, die Slime-Pedia. Kann ich doch hier anschauen auch, oder? Bob will Hühner, Hühner. Hm. Und bietet zum Tausch aber nichts für mich so Interessantes an jetzt. Achtung, das Steinhu und es kommt jetzt... Ach du guter Gott, jetzt habe ich da eine Million Gockel. Ich glaube es ja nicht. Gut, die werde ich dann schon loswerden noch, die Gockel. Jetzt möchte ich aber... Wie konnte ich denn... Ähm, mit E nicht, mit I nicht. Wie konnte ich denn die Slime-Pedia aufrufen? Guck mal, hier kann ich nämlich auch noch gar nicht so viel Düsenantrieb da. Das kann ich mal noch kaufen. Und dann kommen da nämlich immer neue Sachen dazu, ne? Sprinterstiefel. Da kann ich schneller mitlaufen. Ach nee, oder länger. Länger schnell mitlaufen. Kaufe ich auch. So. Weil Plorts sind ja genug da eigentlich, oder? Ähm, aber wie ging denn hier Slime-Pedia? Slimes. Mietz Ratsleim. Seine Ausstrahlung ist so wundervoll, dass es dich krank macht. Nahrung, Gemüse. Lieblingsort Oka Oka. Ach nee, Liebling Oka Oka. Das ist eine Gemüseart wahrscheinlich. Die habe ich aber noch nicht gefunden. Es ist nicht bekannt, ob Ratsleims, manchmal auch Radies genannt, durch außerweltliche Strahlungsquellen entstanden sind oder durch etwas, das natürlich auf der fernen, fernen Weite vorkommt. Nichtsdestotrotz geben Ratsleims eine derart starke Strahlungs-Aura ab, dass sie im Dunkeln leuchten. Rancher-Risiken. Die radioaktive Rad-Aura eines Ratsleims kann bei einem Rancher Strahlenvergiftung verursachen, wenn er zu lange in der Aura bleibt. Es wird Rancher stark dazu geraten, ihr Strahlungslevel im Auge zu behalten, wenn sie diese mit grünen, klumpen Gammagel umgehen, da es zu körperlichen Schäden und Schlimmeren kommen kann, wenn man dem zu lange ausgesetzt ist. Plortomonie. Da Radies praktisch mobile Batterien sind, ist es nicht überraschend, dass Firmenrad-Plots wegen ihrer unglaublichen Fähigkeit, Energie zu produzieren, schätzen. Die meisten Rad-Plots werden in Plortonium verwandelt und alles vom neuesten Holophon bis zum Radwellen-Mikrokochsystem wird damit betrieben. Gut, alles klar. Das heißt, ich werde jetzt dann in der nächsten Folge mal gucken, dass ich die Plots wieder einsammeln, Gehege baue und so weiter und so fort und da die kleinen Rad-Slimes reinsetze. Ich finde die sehr, sehr cool und freue mich jetzt aufs nächste Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch. Bis zum nächsten Mal.